Alles was zählt, Vorschau, Folge 3798 am Mittwoch, 20. Oktober 2021 Justus will Maximilians Geld nicht annehmen. Lucy versteckt ihre Enttäuschung vor Marie. Justus lehnt Maximilians Geld entschlossen ab. Er will im Zentrum bleiben, um sich zu rehabilitieren. Das gefällt Maximilian ganz und gar nicht. Als Daniela kurz vor ihrer Hochzeit wie vom Erdboden verschwunden ist, befürchtet Kim, dass sie kalte Füße bekommen hat. Derweil sieht Marie hoffnungsvoll ihrer neuen Zukunft entgegen, während Lucy ihre Enttäuschung versteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollte